Untertitelung. BR 2018 Hier Störer. Also, erzähl mal kurz, was du hier machst oder warum? Ich bin eh in keinem Auto, das sieht doch jeder, oder? Hat es dir treue Dienste geleistet? Das ist mein Auto, das ist ein Auto von einem Schlutzfotografen. Das ist ein Element der Ausstellung, die Herrschaft des Übergangs, die im Eisenturm am Wochenende eröffnet werden wird. Und da wird das Auto in Einzelteile zerlegt und auf dem Eisenmarkt verkauft werden. Also, das Auto haben wir hierher geschleppt, um es hier zu zerlegen am Eisenturm, weil hier früher Mittelalter der Eisenmarkt war. Da konnte man also alles Mögliche kaufen, was irgendwie aus Eisen war, ob das Waffen, Ackergerät oder Haushaltswaren gewesen sind. Und wir werden das Auto zerlegen und dann später auf einem Eisenmarkt zum Verkauf anbieten. Das läuft über die ganze Ausstellungsdauer hinweg, also die 14 Tage und dann am letzten Samstag ist das Auto verschwunden. Und wann geht's los? Am 15. Also nächsten, nee, das ist der 14. 14. Nächsten Samstag. Nächsten Samstag ist der 14, oder? Ja. Wer weiß es? Ja. Nächsten Samstag. Nächsten Samstag.